Wir haben eine Zielezeit von 40,39 Sekunden mit einer Verweigerung am Start. Wir haben die Start-up mit 10, das Kieler geführt von Hilde. Good morning. Die ist so lieb, die rettet alles, sag ich dir. Ach echt, das ist aber dumm, das macht ihr doch sonst gar nicht. Totaler Sonderfall. Schade, sehr süß, ne?